Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur digitalen Veranstaltung aus Anlass des Internationalen Frauentags. Der 8. März ist ein wichtiger Tag, um darauf aufmerksam zu machen, was in der Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit schon erreicht wurde und was leider noch nicht. Als Oberbürgermeisterin ist es mir ein großes Anliegen, diesen Tag mit allen AkteurInnen in unserer Stadt zu begehen, die sich für Frauenrechte und mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft einsetzen. Nicht erst die Pandemie hat gezeigt, dass wir auf dem Weg zur Gleichberechtigung noch nicht am Ziel sind. Ohne das Potenzial und die Talente von Frauen und ohne Gleichberechtigung kann es keinen gesellschaftlichen Fortschritt geben. Wir wollen den Internationalen Frauentag 2022 nutzen, um uns zu wichtigen Themen auszutauschen und um uns über Angebote zu informieren, aber auch um zu feiern. Lade Sie herzlich ein, sich auf dieses digitale Format einzulassen. Besuchen Sie die digitalen Stände von Vereinen und Organisationen und vernetzen Sie sich über die Kontaktfunktion. Denn wir wissen alle, Netzwerke sind wichtig, um an gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Nehmen Sie teil an Workshops zu wichtigen Themen und kommen Sie gerne auch mit der Stadt Bonn am digitalen Stand der Gleichstellungsstelle, die die Veranstaltung erstmals in diesem Rahmen organisiert hat, in Kontakt. Ich danke allen Vereinen, Beratungsstellen, Organisationen und Initiativen sowie den städtischen Ämtern, die sich aktiv an diesem neuen Format beteiligen, sei es mit einem digitalen Stand oder einem Vortrag und Workshop. Der 8. März ist nur ein Tag, aber er soll deutlich machen, welche wertvolle Arbeit in unserer Stadt an 365 Tagen geleistet wird. Besonders freue ich mich, dass auch Femnet e.V. mit dabei ist. Anlässlich seines 15-jährigen Bestehens ist die Stadt Bonn in diesem Jahr mit dem Verein, der sich seit 2007 mit Kampagnen, Bildungs- und Beratungsarbeit sowie Projektarbeit mit PartnerInnen vor Ort für bessere Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie des globalen Südens einsetzt, eine Jahrespartnerschaft eingegangen. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen schönen Internationalen Frauentag.